Mit dem Regionalsender Mittelsachsen TV konnte am 20. März ein weiterer Fernsehsender in unserem Haus begrüßt werden. Anlass waren die anstehenden IMM-Regiotage, welche vom 28. März bis 4. April erneut verschiedene Highlights bereithielten. Mittelsachsen TV mit einem zweiköpfigen Kamerateam und einem Moderator nutzte die Moderation der Sendung Wochensplitter als Gelegenheit, die Regiotage näher vorzustellen. Verschiedene Interviewpartner wie Tassilo Römisch, Sabine Herzberg oder Undine Schmalfuß standen hierbei zur Verfügung und antworteten auf Fragen zum Gerätebaustammtisch und zur Medialounge in Kooperation mit dem Mikomi. Vom ZUM ging es dann eine Etappe weiter in das GMZ. Hier interviewte Moderator Gunnar Baumann Prof. Detlef Müller zur Geschichte der Regiotage. Im ehemaligen Kaminzimmer des Audioclub ging es um den diesjährigen Kaminabend unter dem Motto T-Wall-Story. Letzte Interviewpartnerin von Mittelsachsen TV war Cindy Häsler, welche Auskunft über den Aktionstag Gesundheit im GMZ gab. Untertitel Dicholaus Beobachtas instituert Ak study Akuntu Eich Korrig